Herzlich Willkommen zu Den Weg genießen, einem Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit Tag 13 auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gegangen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Atopueco nach Burgos. Bevor wir aber uns auf den Weg machen nach Burgos, möchte ich kurz an dem Tag heute auf ein paar andere Sachen eingehen. Denn heute, an dem Tag, an dem ich das aufnehme, ist der 5. Oktober und heute, genau vor einem Jahr, bin ich in Santiago de Compostela angekommen. Ich freue mich jetzt schon auf Tag 32 und die Folge, wenn wir da gemeinsam ankommen. Das wird natürlich noch einige Zeit dauern, das sind noch einige Folgen und Tage bis dahin. Es wird mir auch immer wieder bewusst, dass das schon ein langer Weg ist. Im Nachhinein denkt man manchmal, das ging alles so schnell vorbei. Aber die Reise an sich, der Weg an sich, der war schon sehr intensiv und hat gedauert. Zur Feier des Tages habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen. Wer Interesse daran hat, kann sich das gerne anschauen. Und zwar könnt ihr da einfach Pilgrim Miriam eingeben. Ich verlinke es auch in der Beschreibung des Podcasts. Und zwar habe ich das Video genannt, Acht Erkenntnisse vom Jakobsweg. Und gehe dort nochmal einige Lektionen, Erkenntnisse durch, die ich auf dem Jakobsweg hatte. Aber auch jetzt in dem Jahr darauf, während ich über den Jakobsweg reflektiert habe. Denn ich habe schon öfters gehört, der eigentliche Jakobsweg, der beginnt dann, wenn man in Santiago de Compostela angekommen ist. Und das ist auf jeden Fall auch für mich wahr geworden. Denn das hat schon einige Zeit gedauert, das alles zu verarbeiten, was ich dort gelernt habe. Und damit bin ich auch immer noch nicht ganz fertig. Also in einem Jahr kann ich bestimmt nochmal eine neue Reflexion darüber machen. Wir sind aber heute erstmal auf dem Weg nach Burgos. Ich bin in Atapuerco aufgewacht. Ich habe ja in dieser Nacht mit vier Pilgerfreunden in einem Zimmer geschlafen. Zwei neuen Pilgerfreunden und zwei, mit denen ich schon ein paar Tage unterwegs war. Es war eine schwierige Nacht für mich, denn wir haben in einem kleinen Zimmerleinen geschlafen. Es war sehr stickig. Und ich glaube, ich habe das schon mal vorher erwähnt, dass das für mich immer das Schwierigste war, in diesen kleinen Zimmern dann mit vielen Betten, wo in jede Ecke ein Bett reingepresst war, dort gut zu schlafen. Denn ich liebe frische Luft und mag gerne offene Fenster und eine gute Luft zum Schlafen, was dann da teilweise schwierig war. Naja, ich bin nach dieser Nacht aufgewacht und wir wollten eigentlich alle gemeinsam losziehen. Das war der Plan. Doch der Schotte ist schon früher losgezogen. Der wollte einfach schnell los. Und wir anderen haben uns aber dann gemeinsam auf den Weg gemacht. Meine Pilgertochter, die ist dann auch immer weiter zurückgefallen, denn die hatte große, große Schmerzen. Sie wurden immer schlimmer auf dem Weg. Und ich bin dann hauptsächlich mit dem Mädel aus Holland weitergelaufen. Und das war ein sehr schöner Tag, denn mit ihr habe ich wirklich viele gute Gespräche geführt. Und wir haben gemeinsam viel gesungen. Wir hatten ja dieses Lied gedichtet oder ich hatte angefangen, das Lied zu dichten, Girls in Sandals. Und sie hat mir dann geholfen, das noch weiter zu dichten. Und das war auch der Tag, an dem wir sehr viel darüber gelacht haben. Denn wir haben uns vorgenommen, den Socks in Sandals Choir zu gründen und das Lied zu performen. Das war natürlich nur ironisch gemeint, aber es war trotzdem ein super lustiger Tag, da wir viel gesungen und viel gelacht haben. Wir haben irgendwann eine Pause gemacht und dort haben wir auch meine Pilgertochter wieder getroffen. Und als wir da alle saßen und unser kühles Getränk zu uns nahmen, da sah ich dann doch auf einmal aus weiter Ferne einen Mann und dachte, den kenne ich doch. Und das war der Mann, ein anderer Mann aus Kalifornien, mit dem ich in Puente de la Rena, wo ich mit dem Franzosen, mit dem hier Kalifornien und einem Mann aus Neuseeland zu Abend gegessen habe, der stand da plötzlich. Und das war auch total schön, den wiederzusehen. Wir haben uns so gefreut. Das ist immer ein Vergnügen, wenn man dann nach mehreren Tagen oder manchmal Wochen Pilger vom Anfang wieder sieht. Und man freut sich so, dass die auch weitergekommen sind. Und das ist einfach jedes Mal ein Fest. Wir hatten jeder für sich an dem Abend in Burgos ein Einzelzimmer reserviert. Wir haben uns jeder für sich zur Feier des Tages in Burgos anzukommen, überlegt, boah, jetzt ist mal Zeit für ein Einzelzimmer und das in einem Hotel. Und mit vielleicht einer Badewanne oder einer Dusche. Und so haben wir uns alle gefreut, in Burgos anzukommen. Auf dem Weg nach Burgos hatten wir auch noch mal den anderen Mann aus Kalifornien getroffen, der uns dann winkend zuruft, 6 Uhr, heute Abend um 6 Uhr treffen wir uns an der Kathedrale. Und da haben wir uns natürlich auch sehr darüber gefreut. Und viele Pilger haben sich dort verabredet. Und wir hatten dann den Plan, dass wir alle gemeinsam essen gehen. Ich war dann auch froh, mal so ein bisschen anderen Input zu bekommen. Denn für mich, ich hatte eine ganz komische, wie soll ich das sagen? Also es war auf jeden Fall immer komisch zwischen mir und dem Schotten. Denn das ist auch noch ein Thema, wo ich auch genauer darauf eingehen möchte im Podcast. Ich mache es mir manchmal schwer. Ich hatte auf dem Kamino so viele tolle, tolle Leute um mich herum, mit denen ich einfach nur Spaß hatte und viel gelacht habe. Ich denke, darüber habe ich auch jetzt schon sehr viel erzählt in der Folge. Und trotzdem habe ich dann manchmal so die Angewohnheit, mich auch in Anführungszeichen an Leute zu ketten, die nicht so einfach sind. Und der war zwar total lieb und nett, aber der hatte immer wieder so Schwierigkeiten, sich in die Gruppe zu integrieren. Und das sind immer so Situationen. Ich komme dann voll in Fahrt und da wird bei mir irgend so was getriggert, sodass ich das Gefühl habe, ich muss den auch integrieren. Der muss auch bei uns sein. Der kann ja nicht alleine da rumrennen. Und also das ist wie so ein Helfer-Kümmer-Syndrom, was bei mir da immer angeschaltet wird. Und dieses Gefühl hat der extrem in mir ausgelöst, so dieses Helfer-Syndrom. Und an dem Tag habe ich gemerkt, dass ich dann auch froh war, einfach mal so ein bisschen Abstand zu bekommen. und dass er vorgelaufen ist. Als wir dann in Burgos angekommen sind, habe ich ihn aber von Weitem gesehen. Und da habe ich auch richtig gemerkt, ich habe jetzt keine Lust, mich da jetzt zu kümmern, weil ich das schon so gemerkt habe in mir, dass das so der Fall war, dass es irgendwie bei mir getriggert war, dieses Kümmer-Syndrom. Und dann fand ich das auch so lustig, denn auch als ich dann durch Burgos gerannt bin und ich habe mich dann an so einen Tisch gesessen und etwas gegessen. Da habe ich dann auch zwei andere Pilger gesehen, die waren sich so leicht am kabbeln. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt merkt man schon, dass auch so diese emotionale Phase, also oder dieses, ja, die mentale Phase losgeht, dass man schon mal genervt ist von jemandem, dass man getriggert wird. Und dass ich auch nicht die Einzige bin, die gerade irgendwie in so eine Phase reinkommt. Als ich dann, ich habe dann in mein kleines Hotelzimmer eingecheckt und bin dann zunächst, habe ich mir einen Drogeriemarkt gesucht, der war nämlich da um die Ecke. Und da habe ich mich dann mit neuen Duschmaterialien und so ein bisschen Pflegekram eingedeckt und habe mich gefreut, einfach mal ein Bad zu nehmen. Und das hat unglaublich gut getan und habe dann erst mal mich schön frisch gemacht. Und dann bin ich auch noch mal durch die Stadt gezogen, denn ich habe ja eines meiner Shirts vergessen in einer Herberge und wollte dann mir ein neues Oberteil kaufen. Das habe ich dann auch getan. Und ja, bin dann zurück ins Hotel und wollte mich so langsam fertig machen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt, da ging das Helfer-Syndrom wieder los und dachte, komm, jetzt kannst du dem ja jetzt nicht Bescheid sagen. Wir treffen uns heute Abend mit allen Pilgern. Dann musst du dem jetzt auch Bescheid sagen, ob er auch kommen will und ihn fragen, ob er mit uns allen mitgehen will. Das habe ich dann auch getan, aber er wollte dann nicht. Und so bin ich dann losgezogen und habe mich dann mit der Holländerin getroffen. Und von Weitem sah ich dann auch schon meine Camino-Tochter. Die hatte auch noch eine andere Freundin, die sie von ganz am Anfang kannte, mitgebracht. Und jeder hatte noch einen anderen Pilger dabei. Und auf einmal standen wir da auf dem Platz vor der Kathedrale in einer riesigen Gruppe voller Pilger und haben uns dann ein Restaurant draußen gesucht. Und ein Riesentisch voller Pilger saß dann da und hat zu Abend gegessen. Das war auf jeden Fall extrem schön. Und meine holländische Freundin, die hatte auch noch einen Pilger dabei. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe den einfach in Deutsch angesprochen. Ich so, na, du auch hier. Und der hatte mich ganz verdutzt, guckt er mich an. Und der meinte dann so ganz leise in Englisch, ich spreche nur Englisch. Und ich so, oh, oh, Entschuldigung. Irgendwie habe ich gedacht, dass du Deutscher bist. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Der so, ah, das macht nichts. Ich würde total gerne Deutsch sprechen. Das ist für mich voll das Kompliment. Ich so, ach, cool. Und ja, das ist mein netter Freund aus Nordirland. Und da muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich hatte auf dem Camino selber, also ich bin ihm immer wieder begegnet. Da gehe ich auch noch drauf ein im Podcast und in den nächsten Folgen. Aber trotzdem habe ich ihn nicht so oft gesehen und auch nicht so viel Zeit mit ihm verbracht. Und finde es im Nachhinein sehr witzig. Denn das ist mittlerweile einer meiner engsten Camino-Freunde geworden. Und wir haben extrem viel Kontakt jeden Tag und sprechen ganz viel über den Camino. Und ja, es ist auf jeden Fall ein guter Freund geworden, mit dem ich im letzten Jahr sehr, sehr viel den Camino gemeinsam zusammen verarbeiten konnte. Und deswegen ist das für mich ein ganz besonderer Moment gewesen, als ich ihn zum ersten Mal ketten gelernt habe. Und das war an dem Abend in Burgos. Ja, und dann, als wir gemeinsam gegessen haben und gelacht haben. Und ich weiß auch noch, dass ich unter den Tisch geschaut habe. Ich fand das immer so extrem witzig, wenn man unter die Tische geschaut hat. Und da war alles voller Pilgerfüße mit Blasen und Pflastern und diese Füße in den Sandalen, die man versucht hat, irgendwie herzurichten. Das fand ich auch immer extrem witzig, wie wir da alle saßen in unseren Sandalen mit Zehen voller Pflaster. Dann bin ich auch wieder zurück ins Hotel gegangen und bin dann, habe eine sehr, sehr gute, ruhige und angenehme Nacht gehabt. Das kann ich schon mal im Voraus sagen. Und das war auf jeden Fall ein toller Abend in Burgos, da zu sitzen, die Kathedrale zu sehen die ganze Zeit. Es war auch wirklich eine wundervolle Kathedrale. Ich habe mir die auch kurz angeschaut, auch von innen. Ganz, ganz toll. Das ist auf jeden Fall faszinierend, immer wieder diese Gebäude zu sehen, die ganze Architektur in Spanien. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Also ein ereignisreicher Tag. Und ich weiß auch noch, dass ich abends irgendwie eine WhatsApp bekommen habe von meiner Familie oder von einer Freundin. Sag mal, wo bist du eigentlich? Geht es dir gut? Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, wow, ich habe wirklich vergessen, dass ich ja noch ein Zuhause habe. Also dass ich ja noch dieses reale Leben habe zu Hause in Deutschland, weil ich so mit dieser Pilgerung beschäftigt war und wirklich alles mal hinter mir gelassen habe. Auch die Arbeit. Und das war so ein Moment, wo ich erkannt habe, okay, jetzt bin ich Pilger. Damit ist diese Folge auch beendet. Und ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich, wenn ihr bei meinem YouTube-Video vorbeischaut. Und vielleicht sagt ihr immer Hallo. Und ich habe auch einige Hallos auf meinem Instagram-Account bekommen von einigen von euch. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. und ja, schaut gerne vorbei und bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht. Ciao!